hmmm apropos wer war dein vorheriger assistent ich will ja nicht rumschnüffeln aber meine fähigkeiten beschränken sich auf den friedlichen diskurs zur poesie ich hab genau gesehen was du da hinter deinem rücken verstecken wolltest laitanien braucht bürger die ihrem land in fremden ländern ruhm einbringen kajimisch dagegen braucht ritter die einerseits von erklärter reinheit sind aber trotzdem ausreichend unterhaltsame skandale verursachen ich kann verstehen warum du das gerne liest aber diese ausgabe von rotwein ist längst überholt diesem käseblatt gehen nie die prominenten aus über die es gerüchte verbreiten kann der wind kann auf den deck sehr stark werden vielleicht solltest du dir etwas wärmeres anziehen ich? ich stelle mir nur gerne vor dieser ort wäre die stadt des grüns und der schatten dort konnte ich stets eine sanfte brise spüren auch wenn ich nicht wusste wo sie herkam dort zeigte einem das rhythmische hämmern der schmieden wie die zeit verging leider liegen diese tage in der vergangenheit und sie waren so kurz dass sie es wert sind sich daran zu erinnern droste ist der familienname meiner mutter er ist so gewöhnlich wie die gemeine ringelblume und gehörte niemals in die türme wie lang würdest du in einer gasse verweilen die von ringelblumen in voller blüte gesäumt ist doktor nur wenige würden ihre prosa und strofen mit diesen blüten zieren doch sie sind wirklich wunderschön ehrlich gesagt bin ich recht überrascht dass du dich an meinen vollen namen erinnerst doktor an der poesie finde ich so charmant dass sie eine atempause von grammatischen konventionen bietet sie symbolisiert die suche nach den passendsten ausdrücken an den unerwartetsten orten einerseits ist ein kerzenritter jemand der die tugenden aufrecht erhält andererseits liebt viviana die poesie zwei herzen schlugen stets in meiner brust geschichten über fremde länder enden eigentlich immer damit dass der reisende nach hause zurückkehrt auch ich hatte immer vor nach leitanien zurückzukehren doch ich habe viel erlebt der eindruck den ich erhalten habe ist geprägt von dunklen nächten bei kerzenlicht über meinen büchern die mir als einzige gesellschaft leisteten ich bin allen begegnet die ich kennenlernen wollte und ich habe meine entscheidung getroffen schau was erhält die kerze jetzt gerade unsere gesichter zeilen der poesie die nie jemand gelesen hat oder den dunklen und schlammigen pfad der vor uns liegt all das kannst du auch ohne mein kerzenlicht sehen oder wenn dem so ist dann richte deine augen auf mich lass das licht deinen blick nicht ablenken ich kehrte in diese enge und dunkle kammer in dem turm zurück und traf wieder auf das kleine mädchen ich sagte ihr dass sie ihr leben lang mit verunglimpfungen zu kämpfen haben würde unauslöschbare reue spüren und in einem kreislauf aus endlosem streben und verlieren gefangen sein würde ja abschiede fühlen sich wie ein traum an bin ich nun wahrhaftig wenn du und ich zwei noten einer melodie wären auf welchem instrument würden wir gespielt und welcher spieler hält uns in der hand oh ich wusste du würdest kommen hast du die gedichte zu ende gelesen die ich dir gegeben habe lass mich raten ich gleiche deiner heiß geliebten sicher nicht und es muss in der heitersten kantate liegen mein tag war heiter glücklich meine nacht grüße margareta hat mir von dir erzählt aber wir hatten nie die gelegenheit uns mal in kavalayelti zu treffen damals nannten sie mich kerzenretter du kannst mich viviana nennen doktor aufzeichnungen meiner eigenen kämpfe auf dem bildschirm zu betrachten für einen kurzen moment kam es mir vor ich wäre noch immer in kajimiesch wirst du mir auch einen titel verleihen das ist nicht nötig aber es ändert wahrscheinlich auch nichts ich weiß dass das hier nicht die arena ist darf ich das als deine aufrichtige hoffnung interpretieren dass ich bleibe ich viviana droste werde kerze und schwert führen um in deinem namen siege zu erringen ähm ehrlich gesagt der sprecher der kajimiesch haupthandelskammer hat sich immer beschwert dass ich mich kaum für meine eigenen matches interessiere gehen wir rechtzeitiges aufbrechen ebnet den weg für eine frühe rückkehr das mondlicht hat sich kaum auf das windige parterre gelegt und schon behauptest du den herbst in seiner gänze erlebt zu haben ich werde der vorübergehenden stille lauschen noch immer warte ich auf längst überfällige klarheit das ist keine arena nerben werden hier nicht besungen verschwinde das ist der letzte rat den ich dir geben kann poesie ist stoff aus den fäden unserer gedanken blass weiße rosen schlichter kleingeister deine beine zusammenzubinden wird dir nicht beim fliegen helfen lass die zeit auf dieser düsteren nacht ruhen schon müde, doktor? ich auch das letzte mal dass ich so einen unvergesslichen kampf hatte war das match das sich in kavalajelki bestritt du hast recht, doktor die inspirierendsten zeilen werden immer während eines sturms geschrieben selbst die langweiligste poesie kann zeilen enthalten die unsere herzen bewegen trotz der bedauerlichen techniken die hier zum einsatz kamen komme ich nicht umhin dem schreiber meine anerkennung auszusprechen doktor du musst diese kurzzeitige kreative ebbe akzeptieren und dir gut ins gedächtnis einprägen wie sie sich anfühlt ich kann es kaum abwarten bis dieses sonett vollendet wird keine badewanne? ach nichts nur ein kleiner witz hä? wer? ach quatsch ich wusste schon dass du es bist Doktor ich kann nicht dafür garantieren was passiert wenn die flamme der kerze erlischt ark nights hm Doktor was murmelst du denn da? ich werde dich nicht zwingen die gedichte zu rezitieren aber du hast sie schon gelesen nicht wahr? ich werde dich nicht zwingen die gedichte zu nehmen